Ich hab die 80er mit AHA, die 90er mit Roxette, die 70er sind auch mit dabei, super trampen und was ganz super cooles aktuelles. The weekend with blinding lights und das hat ja auch irgendwie so einen leichten 80er Anklang, ich bin's hammermäßig, freu dich drauf, nächster Herr bestimmt noch auf der KM Live. Dürfen Sie ihn auch schon, dient Sommer, dann denken Sie schon jetzt an den Sonnenschutz und verwandeln Ihre Terrasse in ein Wohlfühlparadies mit Markisen von Roller und Neuhausenfamilien. Gelegen Sie alle Neuheiten und lassen Sie sich nicht mehr auf der KM Live.